Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video schauen wir uns die Gebühren auf dem Marktplatz Amazon an. Wir schauen uns an einem bestimmten Produkt an, wie sich das verhält, wenn wir das Ganze selbst versenden oder es bei Amazon einlagern und dieses durch Amazon versenden lassen. Wir gucken uns die Kosten an, wir schauen uns an, was uns am Ende an Gewinn übrig bleibt. Genau so schauen wir uns die Kategorien an, welche Kategorie wie viel Verkaufsprovision prozentual kostet und wie viel da an Amazon fließt. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Wie am Anfang des Videos angesprochen, lasst uns mal die Gebühren anschauen, die Amazon von uns erhält, wenn wir auf dem Marktplatz Amazon verkaufen möchten. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und gib dem Video unbedingt jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich für viele weitere Videos und wir können hier als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Lass uns mal anschauen, welche Gebühren denn Amazon wirklich bekommt von uns. Und zwar beginnen wir hier mit der Grundgebühr. Und zwar gibt es zwei Tarifoptionen, die Amazon hier anbietet. Das habe ich bereits in einem Video gezeigt, wo wir uns bei Amazon registrieren können. Falls du diese Videoreihe sehen möchtest und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dich registrierst und deine Artikel einstellst, um hier bei Amazon erfolgreich zu verkaufen, dann gerne unten in der Videobeschreibung nachschauen. Ansonsten auf diesem Kanal in der Playlist findest du die ganze Videoreihe Schritt-für-Schritt erklärt. Ja, zurück einmal hier zu der Grundgebühr. Es gibt den Tarif Einzelanbieter und es gibt den Tarif Professionellen. Bei dem Einzelanbieter ist es so, dass du pro verkauften Artikel 99 Cent an Amazon bezahlst. Und Amazon sagt hier selber schon, sie verkaufen weniger als 40 Artikel, dann sollten sie diese Tarifoption nehmen. Wenn du aber mehr als 40 Artikel verkaufst und du merkst, du kommst sowieso drüber, dann würde ich direkt sowieso professionell nehmen. Aber für den Anfang, vor allem für die, die hier gerade erst am Start sind, würde ich erstmal das annehmen. Denn so hast du erstmal gar keine Grundgebühr, sparst dir diese 39 monatlich. Sobald aber dein Verkauf sich explodiert und über 40 Produkte du verkaufst pro Monat, dann dementsprechend unbedingt professionell wählen. Hier gibt es nämlich andere Optionen und Vorteile, die du hier bei der professionellen Version oder bei dem professionellen Tarif annehmen kannst und benutzen kannst. Schauen wir uns das nächste einmal an. Und zwar sind das die Verkaufsgebühren pro Kategorie. Also jede Kategorie hat seinen Prozentsatz, was du an Amazon abwirfst oder bezahlst in dem Falle. Wir haben eine Mindestgebühr pro Artikel 30 Cent, aber die sind hier tatsächlich nicht der Redewert. Es sei denn, du verkaufst ganz kostengünstige Produkte. Da könnte es sich natürlich hier auch auf die Masse auswirken, aber in der Regel nicht. So, wir sehen hier 12 Prozent. Wir sehen Zubehör für Amazon-Geräte bis 45 Prozent. Das ist auch das Höchste, was es gibt. Also Amazon möchte hier für seinen Zubehör oder das Zubehör für deren Produkte natürlich auch bezahlt werden. Such deine Kategorie hier raus. Guck genau drauf, dass du auch hier guckst. Es gibt nämlich bis zu einem gewissen Preis einen Prozentsatz und ab zum Beispiel 45 Euro in der Kategorie Bekleidung und Accessoires hast du nur 7 Prozent. Also da genau drauf schauen, dass du hier gut das Ganze kalkulierst. Wir werden gleich an einem speziellen Beispiel uns genau anschauen, wie sich das verhält. Ja, das sind die Gebühren. Dann gibt es noch Versandgebühren, beziehungsweise wenn du das Ganze über Amazon abwickeln lassen kannst, das bekannte FBA-Verfahren. So, da fallen natürlich auch noch Lagergebühren an. Die werden wir uns auch gleich nochmal anschauen. Versandgebühren durch Verkaufspartner. Das ist dann eine Extrasache, die du dir anschauen solltest, falls du das machen möchtest. Und sonst haben wir hier noch die Lagergebühren. Siehst du hier, von Januar bis September haben wir einen Tarif. Von Oktober bis Dezember den anderen Tarif. Du fragst dich jetzt, warum kostet das mehr? Ja, die Hauptsaison Oktober bis Dezember haben wir Weihnachtsgeschäft. Dementsprechend sind die Lager hier proppenvoll von Amazon. Und hier möchte Amazon definitiv auch mehr Geld dafür haben, weil weniger Platz ist. Und hier ist das Ganze natürlich kategorieabhängig, beziehungsweise musst du genau schauen. Also Bekleidung, Schuhe und Handtaschen haben wir eine Sache. Dann haben wir Gefahrgutprodukte, sind auch speziell und bedarfen vielleicht einer bestimmten Lagerung. Wir haben hier alle anderen Kategorien in Standardgrößen und Gefahrgut nochmal und vieles mehr. Ihr seht es hier in Übergrößen nochmal, haben wir hier auch noch andere Sachen. So, das solltest du dir anschauen. Wir haben hier auch nochmal Beispiele, Produktbeispiele. Hier zum Beispiel für eine SD-Karte, wo die ganzen Maße stehen. In was wird das verschickt, wie viel Gramm. Und hier haben wir nochmal differenziert, von welchem Lager es verschickt wird. Denn im EU-Ausland kann es durchaus schon andere Preise sein. Wenn du es aber nur in Deutschland einlagerst, dann sind es andere Preise. Hier kannst du es dir genau, wie gesagt, anschauen. Und ein kleiner Tipp von mir, falls du dieses FBA-Verfahren nutzen möchtest, sprech unbedingt mit deinem Steuerberater. Denn falls du die Waren dann auch ins EU-Ausland einlagerst bei Amazon, könnte sich hier steuerlich auch Differenzen entstehen, so dass du das Ganze mit deinem Steuerberater besprechen solltest. Nur ein kleiner Tipp von mir. Der Einnahmenrechner, also der Gebührenrechner, packe ich dir gerne unten in die Videobeschreibung. So kannst du hier das gleiche genau verwenden. Wähle den Gast aus, falls du noch kein Konto bei Amazon hast und hier einfach mal eine Kalkulation starten möchtest. Dann wählst du hier natürlich Deutschland aus als Marktplatz. Und dann habe ich hier mal als Beispiel so einen Fahrradsattel genommen, um hier das Ganze zu kalkulieren. Ein Fahrradsattel hat ungefähr die Maße von einem Schuhkarton. Und wir können das Ganze auch Produkt definieren, also Produktspezifisch machen. Wir können hier die Maße eintragen. Wir können den Artikelpreis, Versandkosten und so weiter und die Kategorie auch noch wählen, damit hier Amazon direkt weiß, worum es sich handelt. Und dann kann man schätzen. Wir können auch noch in großen Mengen das Ganze schätzen. Aber wir machen es jetzt erstmal für dieses Produkt einfach aus beispielsweise. So, Artikelpreis 39, also knapp 40 Euro haben wir hier. Wir machen hier die Spalte Versand durch Amazon zuerst und dann Ihr Versand. Und dann gucken wir am Ende, lohnt es sich vielleicht das Ganze selbst zu versenden oder Amazon das machen zu lassen. So, wir haben hier den Verkaufspreis. Den kannst du natürlich variieren und für dich kalkulieren, wie du möchtest. Wir haben Verkauf, die Gebühren für diese Kategorie prozentual. Die sind gleich. Ihr seht es hier, da und da ist beides gleich. Wir haben Versandkosten. Das möchte Amazon an Versandkosten von uns, wenn die es von sich aus verschicken. In diesen Versandkosten sind natürlich auch Labels drin. Das bedeutet der Aufkleber. Es sind, ihr müsst nichts für Druckerkosten extra bezahlen oder sonst was. Also das ganze Handling ist da mit drin. Und in den Verkaufs- oder in den Gebühren für den Verkauf ist natürlich auch der Service drin. Also Amazon Kundenservice. Der Käufer kann sich daran wenden. Er wird nicht auf euch zugehen, sondern das handelt alles Amazon. Das ist ein wichtiger Vorteil. Das werde ich noch am Ende ansprechen, wenn wir die ganze Kalkulation gemacht haben. Lagerkosten 17 Cent bei einem Fahrradsattel. Also ist ein Witz. Natürlich ist das dann von Oktober bis Dezember was anderes. Aber für einen Fahrradsattel 17 Cent pro Monat kann natürlich auf die Masse sich schon auswirken. Dann haben wir Lagerkosten 17 Euro. Aber 100 Fahrradsattel einlagern würde ich nicht. Ich würde immer mal Ware nachsenden. Es kommt immer drauf an, wie viel verkaufst du davon. Sagen wir mal so, für den Anfang probieren wir mal 10 Stück da rein zu senden. Und jetzt ist die Frage, wie viel verkaufen wir? Geschätzte verkaufte Einheit pro Monat. Wer weiß. Vielleicht läuft es gut, vielleicht nicht. Das kann sich nur in der Zeit ergeben. So die Kalkulation jetzt kann man nur so provisorisch machen und als Beispiel darstellen. Wir sagen, wir lagern im Durchschnitt 10 Stück ein und verkaufen im Durchschnitt monatlich 5 Stück. Vielleicht läuft es mal einen Monat besser, einen Monat nicht so gut. Dann haben wir Lagerkosten pro verkaufte Einheit 34 Cent. Auch noch alles überschaubar definitiv. Und hier haben wir dann noch sonstige Kosten. Das ist jetzt erstmal die Mehrwertsteuer, die hier drin ist. Die wird auch mit kalkuliert, weil wir wollen am Ende sogar abzüglich der Mehrwertsteuer, die wir ans Finanzamt abführen, die Nettogewinn sehen. Dann kommen natürlich die Kosten der verkauften Ware. Hier kommt euer Einkaufspreis rein. Was hat euch das Produkt beim Einkauf gekostet? Und ich sage mal so, hier müsst ihr auch Nettobetrag eingeben. So ein Sattel, qualitativer Sattel, der dann für 40 Euro verkauft wird. Im Einkauf vielleicht 10 Euro netto. Und sonstige Kosten. Was habt ihr sonstige Kosten? Vielleicht für die Abwicklung vom Großhandel zu euch und dann an Amazon. Gegebenenfalls kommen hier weitere sonstige Kosten. Ich lasse das Feld jetzt mal frei auf 0. So, dann haben wir die Spalte Versand durch Amazon schon mal fertig. Und gucken uns die Spalte für ihr Versand, wenn wir es von uns selbst verschicken. Und hier haben wir den Artikelpreis genau das gleiche. Wir haben Versandkosten. Wir können Versandkosten nämlich festlegen, die der Kunde uns zahlt, damit wir es verschicken. Würde ich immer auf 0 belassen. Warum? Weil es einfach besser aussieht und es ist einfach besser. Der Kunde möchte keine Versandkosten bezahlen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Versandkosten aber, die euch dann wirklich kosten, wenn ihr das von euch zum Kunden verschickt. Und da gibt es verschiedene Tarife. Ich habe darüber auch schon mal Videos gemacht. Könnt ihr euch gerne unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox mal anschauen. Zu Geschäftskundenverträgen zwischen DHL oder Hermes. Schaut es ihr euch gerne mal an. Ich habe da eine Kalkulation gemacht und verglichen. Versandkosten. Ich würde so um den Dreh 5 Euro machen. Wenn ihr nicht gerade so ganz viel versendet bei DHL, dann sind es ungefähr 5 Euro für dieses Produkt. Dann habt ihr auch eine Sendungsnummer und das Produkt ist verschickt, also versichert und dementsprechend auch eine Haftung mit Sendungsnummer. Monatliche Lagerkosten pro Einheit. Jetzt kommt es darauf an. Mietet ihr irgendwas, wo ihr die Ware dann einlagert. Am Anfang wird es definitiv nicht viel sein. Aber wenn es kleine Produkte sind, die kann man gerne auch bei sich in der Garage irgendwo verstauen oder im Keller. Oder ihr macht es sogar von eurem Arbeitszimmer direkt aus. Also ich würde hier mal sagen 0. Dann durchschnittliche Vorräte, Lagerbestandseinheit, auch 1,1 sagen wir mal so, damit uns hier keine Lagerkosten aufkommen. Dann haben wir sonstige Kosten. Auch hier 19% Mehrwertsteuer wird abgeführt. Und jetzt die Kosten für die Ware, für den Einkauf. Auch hier mache ich 10 Euro Nettoeinkaufswert. Und jetzt sonstige Kosten. Hier habt ihr zum Beispiel Versandkosten eine Sache. Aber was ihr berücksichtigen müsst, ihr müsst vielleicht ein Versandlabel ausdrucken. Das kostet Geld. Ihr müsst Tintenpatronen bezahlen. Ihr müsst gegebenenfalls einen Lieferschein ausdrucken. Das kostet auch Geld. Also ich würde sagen pro verkauften Artikel nochmal 1 Euro und natürlich auch die Verpackung. Die Verpackung ist auch nicht ohne. Kommt darauf an wie viele verschickt. Also ich würde hier schon sogar 1,50 sagen. Und dementsprechend sind das unsere Zusatzkosten, sonstige Kosten. So und dann haben wir schon ausgerechnet und können das ungefähr vergleichen zu dem Versand durch Amazon. Und den Versand, wenn wir es selbst abwickeln. Wir haben hier ein Nettogewinn, Verkauf oder Versand durch Amazon von 11,90 Euro. Wenn wir es von uns aus machen, 10,12 Euro. So, jetzt müsst ihr für euch entscheiden, was ist besser. Also hier habt ihr ungefähr knapp 1,80 Euro mehr. Und wenn ihr es selbst verschickt, weniger. Jetzt ist die Sache, wie möchtet ihr das für euch entscheiden? Denn ich würde sagen, am Anfang macht man es immer erstmal von sich selbst aus. Man möchte überhaupt Fuß fassen, wie ist das denn zu verkaufen und wie ist das denn, wenn ich das an Kunden verschicke. Sobald ihr aber dann Produkte habt, die richtig gut laufen und damit ihr dieses Abwickeln und diese Verkaufsabwicklung nicht immer selber machen müsst. Verschicken, verpacken, zur Post eventuell bringen und, und, und. Dann würde ich in jedem Fall das Ganze durch Amazon machen lassen. Weil Amazon ist da sehr bequem. Man hat einen sehr großen Vorteil. Wenn du es durch Amazon machst, ist es Amazon Prime. Diese Verkäufe sind im Warenkorb immer bevorteiligt. Ihr habt keine Probleme, falls Ware irgendwie unterwegs verloren geht, also auf dem Versandweg verloren geht, zu Schaden kommt, beim Verpacken oder sonst was. Wenn der Kunde irgendwas bemängelt, richtet er sich erstmal an Amazon, nicht an euch. Dementsprechend habt ihr hier viel weniger Aufwand. Aber für den Anfang ist es durchaus möglich, das Ganze durch den eigenen Versand zu abzuwickeln, um hier überhaupt zu gucken, läuft das Ganze oder nicht. Soviel zu den Versandgebühren. Falls Fragen sind, wie gesagt, unten die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten, falls noch nicht geschehen, abonnier gerne diesen Kanal, um mehr Videos zu sehen über dieses Thema Verkaufen auf Marktplätzen. Und sonst natürlich nicht vergessen, Daumen nach oben. Und ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte und dir das Video hilfreich war. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und bis zum nächsten Video.